Was geht ab, meine XRP-Freunde da draußen? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP-Update-Video. Und was war da in der letzten Woche los? Wir haben einen phänomenalen Anstieg bei XRP gesehen. Seit unseren beiden Kaufzonen ging es hier in der Spitze sogar bis auf knapp 67% nach oben. Mittlerweile hat sich diese Aufschwung leider wieder etwas abgeschwächt. Wir haben den ersten größeren Dump gesehen, mit was das möglicherweise zu tun hätte. Es hat natürlich News-technische Gründe, es hat ein bisschen FOMO-technische Gründe, es hat aber auch ein paar Chart-technische Gründe. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video mal ein bisschen genauer angucken, wie es da möglicherweise weitergeht, ob wir da auch möglicherweise neue Trade-Möglichkeiten sehen. Das schauen wir uns an. Bevor wir hier doch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniert den Kanal auf jeden Fall schon mal. Wenn ihr Bock habt auf weitere XRP-Videos, auch gerne in den Kommentar unten reinschreiben, was ihr momentan von XRP haltet, fördert den Algorithmus und mich interessiert wirklich eure Meinung. Und wenn das noch nicht alles ist, dann kommt auch gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Dort erfahrt ihr immer alles zuerst, auch wenn sich irgendwas im Chart oder sonstigen tut. Und wenn ihr XRP kaufen wollt, gerne bei meinem Partner BingX anmelden. Top-Börse, wo ihr auch alle anderen Sachen natürlich traden könnt. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin... Bitcoin... XRP momentan bei 55 US-Dollar Cent. Wir waren in der Spitze seit langem mal wieder bei 63 US-Dollar Cent. Und wir sehen immer wieder diese ähnlichen Muster. Immer wenn es irgendwelche neuen XRP-News gibt oder neue XRP-Gerüchte, die natürlich dann auf YouTube sofort gestreut werden, sehen wir phänomenale Preisanstiege. Wir hatten hier damals natürlich, das war Oberhammer hier, die 93 US-Dollar Cent, als es hieße ja Ripple sei kein Wertpapier oder sonstiges. Dann hatten wir die nächsten News. Wieder Pump, dann ewig lange Seitwärtsphase mit Dump, bis sich das dann wieder strukturiert hat. Dann kam der nächste Pump und so zieht sich das jetzt wirklich seit, ja, knapp oder fast über einem Jahr. Wir haben seit einem Jahr immer wieder die gleichen Moves, aber, und das ist das Wichtige, oder das Wichtige für euch zu wissen, weiterhin abwärts gerichtet. Das heißt, wir sind weiterhin in einem Abwärtstrend. Es hat sich nichts geändert, nachdem wir weiterhin nicht über diese gelbe Linie kommen. Und genau da, oder beziehungsweise fast da hat der Kurs nämlich auch die Wende gemacht, hier bei 64 US-Dollar Cent. Ich habe gehofft, dass wir zumindest noch die 65, 66 US-Dollar Cent erreichen, einfach um die Hochpunkte hier möglicherweise nochmal zu erreichen und auch diese Mini-Ineffizienz im 4-Stunden-Timeframe hier abzuholen. Hat der Kurs leider nicht gemacht, er ist schon vorher gedreht, ändert aber nichts an der Tatsache, dass auch das hier wieder komplett FOMO getrieben war. Ich habe es in der Telegram-Gruppe dazu geschrieben, für alle, die, ich glaube, das war hier um den Zeitpunkt, ich glaube, 60 oder 62 US-Dollar Cent, für alle, die hier unten, wo wir gesagt haben, ey, kaufen, kaufen, da schon gekauft haben, nehmt vielleicht erste kleinere Profite und kauft dann einfach unten wieder etwas tiefer ein. Das macht bei XRP absolut Sinn. Man muss bei XRP mittlerweile wirklich alles ausblenden, also wirklich News ausblenden, alles FOMO, alles ausblenden und rein nur die Chartstruktur einfach gucken. XRP ist für mich, ihr wisst, ich bin kein XRP-Fan, aber zum Traden und zum Kaufen für Spot und Verkaufen macht es einfach Fun, weil immer wieder dieses gleiche Ding passiert. Wir sehen erst einen fetten Dump, mal so ein bisschen aus Vergangenheit, wir sehen den fetten Dump, es kommt die Erholung, dann ewig lange Seitwärtsfasern, dann kommt der Pump und dann wieder so ein langsamer Downtrend und dieser wird sich wahrscheinlich auch hier wieder absetzen, denn der Grund einerseits war natürlich, nein danke, der Grund natürlich einerseits dafür war ein geplantes SEC-Treffen, dieses wurde wiederum annulliert und daraufhin ist der Kurs wieder eingesackt um 8-10%. Was für ein Wunder. Schauen wir mal, was die Geschichte weiter angeht, also ich lese euch jetzt hier nicht den ganzen Artikel vor, es war auf jeden Fall am 18. Juli ein Treffen geplant mit der SEC, dieses wurde dann kurzfristig wieder abgesackt, was natürlich dann jetzt auch zu dem ersten Abverkauf führt. Und natürlich sinkt dann auch wieder deutlich das Volumen, wir hatten hier einen schönen Volumenanstieg, also der Anstieg war schon gut berechtigt, natürlich auch durch die ganze FOMO auf sonstigen Kanälen und sonst was, aber es hat halt einfach nicht gereicht, um hier zumindest noch diese gelbe Linie anzutesten oder sogar zu überwinden. Deswegen momentan wieder dieser Abverkauf, es werden viele Leute noch long sein in diesem Segment, deswegen rechne ich jetzt erstmal kurzfristig damit, dass wir sogar ins Golden Pocket nochmal runterfallen könnten, das wären die 47 US-Dollar-Cent, das wäre dann auch für die Personen, wo ihr jetzt auf mich gehört habt, möglicherweise und schon den ersten Teil verkauft haben, nochmal ein möglicher Spot-Einstieg, das heißt die Position, die ihr verkauft habt, könntet ihr zum Beispiel im Golden Pocket einfach wieder ein bisschen nachkaufen und dann habt ihr wieder mehr XRP in eurem Portfolio. Setzt natürlich auch euren Einstiegskurs ein bisschen höher, aber das sei mal hier ehrlich gesagt ein bisschen zu vernachlässigen. Sollte das Golden Pocket halten, haben wir hier wirklich mal seit langem wieder eine Chance, hier ein höheres Tief zu bilden und dann einen neuen Anlauf in Richtung 65 US-Dollar-Cent zu starten. Sollte dieses Segment hier fallen, und da bin ich ehrlich, gehe ich weiterhin davon aus, weil ich ja auch bei Bitcoin nochmal ein bisschen tiefer davon ausgehe, müssen wir nochmal in den Bereich der 38 US-Dollar-Cent rechnen. Und da gehen wir jetzt auch schon in den Daily-Time-Frame und schauen uns das Ganze mal an, denn wir haben hier immer noch diesen, oder mindestens diesen roten, wenn nicht sogar diesen kleineren, grüneren Wig hier unten. Das heißt, sollten wir auch beim zweiten Versuch hier nach oben hin scheitern oder generell schon am Golden Pocket scheitern, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass wir hier nochmal in den Bereich der 38 US-Dollar-Cent runterfallen. Zumindest mal die 40 US-Dollar-Cent sollten erreicht werden. Die 38 wäre dann nochmal so non plus ultra und solange die halten, ist alles gut. Wenn nicht, werden wir sehr, sehr wahrscheinlich hier unten nochmal die 30 US-Dollar-Cent sehen und das ist dann nochmal fett, fett Buy-Zone für den kommenden Bullrun auf jeden Fall. Ansonsten hat sich, wie gesagt, bei XRP eigentlich wenig getan. Trade-technisch würde ich hier ehrlich gesagt eher aufs Golden Pocket dann schielen. Das macht momentan am meisten Sinn, auch weil hier die Ineffizienz noch drin ist. Einerseits haben wir hier natürlich auch noch diese zwei ordentlichen Volumen-Centles, die hier auch noch reinkommen. Das heißt, hier sollte einiges liquidiert werden. Und wir haben, wenn ich jetzt richtig sehe, auch hier schon den Trend noch nicht verloren. Wir hatten aber schon den ersten doch darunter. Also sobald dieser Trend dann auch noch verloren wird, sieht es dann erstmal übel aus. Und dann denke ich mal, dass wir die 48 US-Dollar-Cent sehen. Und das meine ich eben damit. XRP ist für mich nur noch reiner Spot-Einkauf und Verkauf, weil sich da auch wieder 25% Ersparnis dann ergeben können. Das heißt, oben kaufen, unten verkaufen. Teilweise kann es so einfach sein. Man muss nur da auch ein bisschen mit seinem Gewissen spielen beziehungsweise auch damit klarkommen. Ansonsten, wie gesagt, hat sich wenig getan. In den größeren Timeframes, wie gesagt, warte ich nochmal darauf, wie das Ganze sich hier weiter fortbewegt. Ansonsten, wir sind in einem klaren Downtrend. Und das seit Jahren, muss man ehrlicherweise sagen. 20, 21 hat es schon begonnen. Und da bewegen wir uns momentan auch noch nicht raus. Wir befinden uns in einem Downtrend. Wir bilden tiefere Hochs, tiefere Tiefs. Sieht momentan alles nicht wirklich berauschend aus. Aber gut, längerfristig sehe ich da nochmal deutlich mehr Potenzial. Aber das schauen wir uns vielleicht ein anderes Mal an. Deswegen wünsche ich euch schon mal einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Genießt das Wetter. Like da lassen. Abo da lassen. Kommentar da lassen. Und wir hören uns dann morgen zu einem neuen Bitcoin Update Video wieder. Das war es von mir. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay quick.